Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und dieses Video wird kein Depot-Update, dafür ist es noch ein Tick zu früh. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, dass sich diese Ansicht ganz gut macht, um ein paar Sachen zu erklären, denn ich wurde in einem meiner letzten Videos unter anderem auch gefragt, wie ich es halte mit Nachkaufen, wie ich Aktien aussuche und dergleichen. Und zuerst, und das ist das Wichtigste, sei gesagt, ich bin kein Anlageberater und dies ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ihr müsst selber wissen, was ihr macht, aber ich möchte euch trotzdem ein paar grundlegende Dinge mit an die Hand geben, die ich denke, dass sie mehr oder weniger Allgemeingültigkeit haben und euch eventuell helfen. Nun lasst mir dazu sagen, viele, so habe ich das zumindest mitbekommen, haben ja irgendwie im März, April diesen Jahres angefangen mit dem Investieren und, seid mir nicht böse, aber mehr oder weniger hätte man einen blinden 50 Meter von der Dartscheibe entfernt hinstellen können, irgendwelche Wachstumstitel darauf pinnen können und der hätte geworfen und hätte wahrscheinlich Gewinn gemacht. Will damit sagen, in diesem Jahr war es tatsächlich eher so, dass man eventuell sogar, wenn man weniger wusste oder weniger sich Gedanken gemacht hat und einfach nur stur und ein bisschen, muss man natürlich auch dazu sagen, die Coronas hatte, die Eier hatte und beispielsweise auf einen Tesla oder eine Bitcoin oder Gold oder irgendwas gesetzt hat, dass man damit Renditen gemacht hat, die weit über 100% und mehr sind. Ja und das ist wesentlich besser als jetzt irgendwelche Anlagenprofis, die sich ja teilweise sogar defensiv verhalten haben. Und wenn eure Strategie ist, kurzfristig immer in den Markt in solchen Downzeiten zu gehen, alles sozusagen, wenn die Leute ängstlich sind, gierig zu sein, dann wieder rauszugehen mit einem riesigen Gewinn, dann das Geld wieder zu liquidieren, also liquidieren im Sinne von aus Aktien komplett rauszugehen und dann wieder drei, fünf oder zehn Jahre zu warten, bis der nächste Rutsch kommt und der kommt immer und dann wieder reinzugehen. Wenn das eure Strategie ist, alles gut, dann ist ja auch das eine Strategie dahinter. Wenn ihr allerdings länger investiert sein wollt und zumindest statistisch gesehen zeigt das, dass immer, dass man je länger man drin ist und im Markt sozusagen, desto größere Rendite hat man im Durchschnitt. Also ein, oder anders gefragt, wie viele Investoren kennt ihr und wie viele Daytrader kennt ihr, die Millionäre oder sogar Milliardäre sind? Ja. Also statistisch gesehen, jemand, der längerfristig erfolgreich im Aktienmarkt ist, ist meistens kein Trader oder Daytrader. Ja, da gibt es ja auch noch die feinen Unterschiede. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal grundlegend davon aus, wenn ihr euch das Video anguckt, interessiert ihr euch auch über 2020 hinaus weiterhin einen, ja, ordentlichen Gewinn oder zumindest einen kontinuierlich guten Gewinn mit Aktien und allem drum und dran kapitalmarkttechnisch zu machen. Dann sei erstmal gesagt, erstmal herzlichen Glückwunsch, gute Einstellung. Zweite Sache, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass dieses Jahr eben eine große Ausnahme sein wird und ihr höchstwahrscheinlich, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr oder euch daran gewöhnen müsst, dass ihr nicht innerhalb von einem Monat jetzt mit einmal ein, äh, eine Verdoppelung eurer, eures, äh, Investitionsvolumens sozusagen seht, sondern dass im Durchschnitt sagt man, dass, ähm, ja, man ungefähr so acht bis zehn Prozent, neun Prozent, so, ähm, Vorsteuern an Gewinn macht, über Jahrzehnte. Warren Buffett beispielsweise hat in seinen besten Zeiten, äh, praktisch jährlich über zwanzig Prozent gemacht, aber da seht ihr auch schon, welche Maßstäbe es sind, also, ähm, natürlich, wie gesagt, ich will es gar nicht schmälern, wenn man, äh, in diesem Jahr die Eier hatte und zu investieren und alles auf eine Karte zu setzen und, äh, äh, dann eben erfolgreich war, Chapeau, aber man darf eben nicht erwarten, dass, äh, dass auch die nächsten Jahre so weitergeht. Von daher kommen wir jetzt mal dazu, wie man auf längere Sicht ganz gut abschneiden könnte und ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben, beziehungsweise fünf Punkte ist sozusagen meins und, ähm, vielleicht nochmal vorneweg, auch das, glaube ich, relativ wichtig, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, ja, ihr werdet älter, ihr werdet erfahrener, ihr unterhaltet euch mit anderen Menschen, ihr liest, äh, andere Bücher, ähm, es wird höchstwahrscheinlich nicht mit, äh, 18, nicht, werdet ihr nicht die gleiche Strategie haben wie mit 25, höchstwahrscheinlich und mit 25 nicht wie mit 30 und ich, der ich mir letztes Jahr, äh, äh, mir eine Strategie ersonnen habe, äh, mache auch immer noch einen Feinschliff, ja, ähm, also das ist nichts in Stein gemeißelt. Also das Erste und, ähm, deshalb bin ich auch immer so ein, äh, kein Freund davon von Kursen oder, oder, oder generell pauschalen, äh, Sachen, äh, sicherlich bei einigen Sachen sind sie berechtigt, weil es immer die gleiche ist, aber grundsätzlich sind halt, gerade wenn es um solche Geldsachen geht, äh, sind wir tatsächlich, äh, ja, individuell zu sehen und deshalb ist die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, was sind meine Lebensumstände und was ist meine Gesamtstrategie und damit meine ich eben nicht nur den Aktienmarkt, sondern eben eventuell auch einen Immobilienmarkt, äh, vielleicht, äh, ein zweites Standbein, seid ihr jetzt gerade erst 18 und, ähm, verdient oder könnt 100 Euro zur Seite legen oder seid ihr 50 und, äh, müsst, oder dürft irgendwie 250.000 anlegen. Das ist natürlich entscheidend. Genauso ist es entscheidend und das finde ich immer ganz wichtig, äh, dass ihr eure Präferenzen kennt, ja. Ja, statistisch gesehen muss man wieder sagen, dass, äh, auf Dauer eine Anlage in ETFs, also in breit gefächerte, ähm, sozusagen passive Fonds auf Indizes, ähm, besser fährt und natürlich auch weniger Zeit investiert, als wenn man sich, äh, vermeintliches Cherrypicking macht. Es gibt einige, die dadurch eine Überperformance haben, aber in der Regel der Durchschnitt fährt damit besser. Ja, fangt ihr jetzt mit 50 Euro oder 100 Euro an, ähm, und das sind eure ersten Investments, wäre ich beispielsweise dafür, eher in ETFs zu gehen. Habt ihr jetzt 100.000 und seid eventuell schon, äh, auch wirtschaftlich etwas gefestigter, ja, habt ihr mal ein Handelsblatt gelesen oder eine FATS oder ein Manager Magazin oder ein Focus Money und, äh, beschäftigt euch ein bisschen mehr damit, dann findet ihr wahrscheinlich, so wie ich, ETFs grundlegend etwas langweiliger. Das heißt nicht, dass man gar keine machen muss, ja, also jetzt zum Beispiel Märkte, wo man sich vielleicht gar nicht auskennt oder nur ein, zwei Einzelwerte kennt, so klassisch chinesische Markt beispielsweise, könnte man dann mit dem ETF abdecken, weil man sich eben da nicht so in die Materie tauchen will. Das ist auch immer eine Frage, wie viel Zeit ich opferne. Möchte ich wirklich mich ein, zwei Stunden am Tag hinsetzen und eine, ähm, Aktie wirklich oder ein Unternehmen wirklich analysieren oder möchte ich sagen, okay, hier 500 Euro monatlich sparen, gib ihm. Und man muss nicht nur das eine oder das andere, man kann auch viele Formen dazwischen wählen. Also das ist ganz wichtig, auch, äh, hängt es natürlich davon ab, mit wie viel meines Vermögens gehe ich zum Beispiel in ein Depot rein. Zweite Sache, Depot selber. Wie handhabe ich das? Also, ich habe sozusagen, ähm, also, was man wissen muss, 35, ich bin 35 und den größten Teil meines Vermögens habe ich nicht im Aktien, sondern eben im Bereich Immobilien und das wird auch so bleiben. Das Zweite wird wahrscheinlich Unternehmung sein und das Dritte wird dann irgendwie Aktien sein und von daher wird es höchstwahrscheinlich maximal immer um die 30 Prozent sein, tendenziell eher weniger. Das muss man erstmal wissen, weil das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt komplett auf Hebelprodukte gehe und nach außen hin, zumindest mein Depot allein gesehen, 100 Prozent Verlustwahrscheinlichkeit hat, erhöhte Verlustwahrscheinlichkeit, heißt es auf mein Gesamtvermögen, aber ja bei 25 Prozent, dass das Depot im Gesamtvermögen ausmacht, ein Viertel Verlustmöglichkeit, ja, das muss man immer beachten. Jemand, der sein gesamtes Vermögen in, äh, wirklich komplett in Aktien hat, bedeutet 100 Prozent auch 100 Prozent. Ja, und, äh, meine Aufteilung wird im nächsten Jahr sein und da könnt ihr euch ja mal das Video angucken, da hatte ich noch so ein bisschen drüber sinniert für meine Ziele für 2021, was übrigens mein Jahr wird, weil ich bin nach, äh, chinesischem Kalender, wie ich jetzt rausgefunden habe, äh, Holzbüffel, nun ist nächstes Jahr Büffel, Metall glaube ich, aber es kann nur gut werden und das wünsche ich euch allen auch, ja. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich habe momentan zwei Depots, ein, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Wachstumsdepot, Sparplandepot, äh, passt vielleicht ganz gut, mit 20 Werten. Ich werde dazu nochmal ein Abschlussvideo machen für das Jahr 2020, das wird Anfang Januar kommen, und dann werde ich da übergehen in einen Bereich, dass ich nur noch quartalsmäßig euch das zeige und ich werde dann in diesem, äh, Depotupdate auch nochmal drauf reingehen, was meine Strategie für dieses Depot ist. Dann habe ich das, was ihr hier seht, das Depot, was, ich würde sagen, äh, überwiegend an Dividendenwerten hat, also, das eine ist das Sparendepot, das an, das hier, und das ist zugegebenermaßen auch das Größte, ist das Schutzdepot, ja, also, das vor allem, äh, wie ihr sehen könnt, Dividendenwerte hat, aber auch ein paar Wachstumswerte, also, ich will mich da nicht festlegen, ob das 50, 50 oder 75, 25 ist, das nicht, ähm, aber sozusagen, äh, vor allem der Schutz angeht, ja, also, da muss jetzt nicht unbedingt 20% Rendite sein, und dann werde ich ein Spieldepot, äh, beziehungsweise ein, äh, ja, Risikokapital-Venture-Depot, wie auch immer ihr das nennt, oder Trading-Depot, wie gesagt, es gibt ja Day-Trading, und es gibt ja Trading als solches im Sinne von, okay, mein, ich habe jetzt Investment-Case, äh, in 10 Tagen, äh, 10% beispielsweise, das ist ja auch Trading, ja, und nicht, äh, Buy-and-Hold beispielsweise, und das wird dann auch kommen, das habe ich hier teilweise schon drinnen mit ein, zwei Werten, ich habe mir ja jetzt aber entschlossen, dass ich, ähm, das nochmal an ein Extra-Depot packe, einfach der Übersichtigkeit halber, und wo ich vielleicht nochmal ein bisschen weniger Gebühren fürs Traden habe, wie gesagt, ähm, ja. Und je nachdem, was ich natürlich habe, äh, gucke ich da auch unterschiedlich rein. In ein Sparplan-Depot gucke ich im Zweifelsfall, äh, einmal im Monat, wenn überhaupt rein, wahrscheinlich eher nur, um alles nachzutragen hier für euch. Das war auch eine Frage, dieses Programm heißt Portfolio Performance, ist kostenlos, nutze ich es, äh, sehr übersichtlich, nicht für alles, aber für vieles, und, äh, hier trage ich euch immer die Zahlen nach, das könnte ich auch automatisieren, wird dann aber ein bisschen ungenau, von daher, äh, gucke ich jetzt in ein Sparplan-Depot einmal im Monat rein. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich einmal in einem halben Jahr, oder in meinem Fall sogar einmal nur im Jahr reingucken, weil das ist mein Plan. Bei, äh, dem Trading-Depot, sage ich mal, da würde ich schon eher, äh, mich wundern, wenn jemand beispielsweise Daytrading macht und mir sagt, er guckt nur einmal, ähm, in der Woche rein, oder einmal am Tag, das wäre ein bisschen wenig. Also da, äh, gucke ich tatsächlich dann wahrscheinlich am häufigsten rein. Und was, äh, mein Depot hier, äh, mein, mein großes Depot angeht, Ja, auch da, ähm, ich werde einmal im Monat reingucken wahrscheinlich, ähm, und dann überprüfen, aber eigentlich, aus meiner Sicht, würde es sogar reichen, zu den Quartalsberichten das zu kommen. Kommen wir also zu Punkt 3. Also, meine drei Depots, muss nicht jeder so haben, aber sind drei, vor allem, drei Depots. Sparen, spielen, schützen, ja, wobei, mit Geld spielt man nicht, aber, ähm, es ist so, mit den, mit den drei es so schmissig. Dann, ähm, drittens, der Investment Case, ja, also, ihr solltet euch eigentlich im Vorfeld überlegen, ähm, bevor ihr jetzt zu irgendwelchen Kennzahlen kommt, was ist denn eigentlich mein Investment Case. Hole ich mir jetzt eine, ein Unternehmen rein, weil es eine Dividende hat, beispielsweise, ähm, was mache ich, wenn das Unternehmen, die Aktie um 100% steigt, was mache ich, wenn die Dividende nicht mehr ausgeschüttet wird. Also, vorher überlegen, in welchen Bereichen ihr gehen wollt und was ihr damit erreichen wollt. So, das ist ganz wichtig. Ich zum Beispiel sage, ich möchte von den, diesen, äh, Branchenmix, ja, das sind ja, glaube ich, acht große Punkte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, oder zehn, zehn. Ich glaube, also einmal Rohstoffe fehlt und, ja, ich glaube nur Rohstoffe fehlt. Sage ich, ich möchte jeweils, äh, da eine, eine Gleichgewichtung haben, auf lange Sicht, also Gleichgewichtung, ähm, der, bei den Einstiegskursen, weil entwickelt sich ja dann natürlich auch und möchte auf lange Sicht da immer zurückkommen, wenn es jetzt eben zehn sind, sagen wir mal, jeweils zehn Prozent. Darunter ist es mir aber relativ schnurz, ob ich das erreiche, äh, also zum Beispiel, äh, nicht, äh, Basiskonsumgüter, ob ich das mit drei Aktien, mit zehn Aktien oder mit zwanzig Aktien erreiche, ist mir, mir persönlich jetzt erstmal egal. Ich tendiere eher dazu, wie Warren Buffett zu sagen, wenn ich den Besten unter den Restaurants habe, beispielsweise, warum sollte ich dann noch den Zweitbesten reinnehmen? Ja, also wenn ich jetzt, oder anders ausgedrückt, wenn der Erste zehn Prozent für mich bringt und der Zweite nur sieben Prozent, welchen Grund habe ich denn da, außer dass ich denke, dass der Erste nicht mehr performt, den Zweiten zu nehmen? Und dann, wenn ich an das aber schon denke, dann, ihr wisst, was ich meine, ja? Also ihr solltet euch vorher überlegen, was ist euer Investment Case, was ist eure Strategie dahinter im Großen? Und dann könnt ihr beispielsweise Kennzahlen benutzen, wenn ihr das möchtet, das wäre Punkt vier, muss aber nicht sein, ja? Ja, also zum Beispiel, aber wie gesagt, ich werde das nochmal detaillierter machen, bei meinem Sparplandepot gucke ich gar nicht darauf, ja? Es ist natürlich auch insofern in einer Zeit wie dieser etwas schwieriger mit Kennzahlen umzugehen, die vielleicht eher für Value-Aktien bzw. Value-Unternehmen und zur Klassifikation derer zu nehmen sind und in der heutigen Zeit mit, ja, Unternehmen, die beispielsweise ein Kurs-Umsatzverhältnis von 10 und höher haben und ein KGV von nicht ausreichendem war, weil die keinen Gewinn haben, weil es eine Wachstumsaktie ist, wie, was will man da für Kennzeichen, Kennzahlen sich raussuchen? Deshalb plädiere ich eher dafür, dass wenn euer Investment Case, dass ihr erst den Investment Case aufstellt, beispielsweise, ich hätte gern Dividendenaktien, die im Bereich zwischen 20 und 80 Prozent ihrer Erträge ausschütten und die eine Verschuldung haben, nur von maximal 50 Prozent, dann könnt ihr wiederum mit den Kennzahlen um die Ecke kommen, ja? Beim Sparplan, bei meinem Sparplandepot mache ich zum Beispiel das gar nicht, ja? Da gehe ich eher so in die Richtung, okay, hört sich das gut an, Geschäftsmodell, verstehe ich das ungefähr, okay, die sind im Wachstum, machen eh noch keinen Gewinn und für den Wachstum brauchen die natürlich auch oder nehmen die günstig Schulden auf, verstehe ich auch, dann gucke ich mir dann eher nur an, wie sieht es mit dem Wachstum auf und kommt das in Stocken oder nicht? So, ja, also viertens, Kennzahlen, ja, aber immer nachgelagert zu eurem eigentlichen Investment Case und fünftens, und das ist tatsächlich das, wenn ihr vorher alles durchgemacht habt, da, wo ihr dann auf den Prüfstand gestellt werdet, weil wir Menschen sind ja nicht rational, sondern irrational und da müsst ihr euch dann tatsächlich echt disziplinieren, überprüfen, ja, je nachdem, in welchem Bereich ihr seid, ja? Also vielleicht habt ihr ja auch den Plan, das zwei Jahre einfach nur beispielsweise im Sparplan einzahlen zu lassen und nicht zu überprüfen und erst dann zu überprüfen, kann ja auch sein, aber wenn euer Investment Case eine bestimmte Überprüfung von Zeit zu Zeit, ja, sage ich mal, vorsieht und ihr letztendlich dann bestimmte Kennzahlen euch vorher committed habt, die ihr vergleichen wollt und diese werden gerissen, dann müsst ihr halt auch handeln und das kann eben sein, dass ihr sagt, okay, wenn das Unternehmen 100% im Plus ist, dann sage ich mir, okay, verkaufe ich meinen Einstandsinvestments und lasse nur die Gewinne drin, bin sozusagen komplett mit dem Risiko raus, ja, oder es kann aber sein, ich verkaufe nicht vorher, bevor das nicht ein Ten-Bagger ist beispielsweise, aber wichtig ist, ihr solltet da nicht nochmal an Schwanken kommen, ja, wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt und wir sind alle Menschen und kann natürlich dann sein, dass ihr sagt, okay, das war jetzt eine blöde Regel, habe ich damals in der Theorie aufgestellt, jetzt in der Praxis merke ich, das bin nicht ich, das kann durchaus sein und das ist auch nicht verwerflich, ihr solltet nur nicht andauernd eure Regeln über den Haufen werfen, ja, wenn ihr versteht, was ich meine, so. So, das sind meine fünf sozusagen Schritte, die ich durchgehe und in Zukunft werde ich das, damit es dann auch ein bisschen, glaube ich, für euch dann auch etwas spannender ist, was ich bisher im Hintergrund gemacht habe, weil es mir einfach Spaß macht, aber ich verstehe auch, dass es viele gar nicht mögen, dass ich euch eben aufzeige, bei diesem Depot und bei dem, ja, Zockerdepot sozusagen oder Venturedepot, wie auch immer, werde ich euch zumindest zeigen, warum ich welche Handlung unternommen habe und warum ich vielleicht auch Handlungen nicht unternommen habe, aber mir was angeguckt habe. Ich sage euch das mal an einem Beispiel, beispielsweise möchte ich jetzt den Bereich, den ich jetzt hier mit Immobilien abdecke, der ist ja bei mir schon durch das Vermögen, was jetzt nicht in Aktien ist, stark überrepräsentiert. So, und von Zeit zu Zeit gucke ich mir die eben an und zum Beispiel ist bei Omega Healthcare, das ist ja ein REIT aus den USA, der in Pflegeeinrichtungen investiert und der hat, also bei REITs ist es immer so, dass die 90 Prozent der Erträge ausschütten müssen, damit sie eine Steuervergünstigung oder eine Steuerbefreiung haben in den USA. Das muss man eben wissen, da ist also die Ausschüttungsquote, kann man nicht vergleichen mit anderen Unternehmen. So, aber, und man guckt sich bei REITs nicht immer die EBIT oder EBITDA an, sondern den Free Cash Flow. So, und es gibt aber noch eine weitere Variante des Free Cash Flow, die praktisch, der ist ja immer, den kann man auch ein bisschen mit Abschreibung und Zuschreibung natürlich verändern und auch da gibt es eine Variante, wo das auch rausgenommen ist. Und da ist es eben so, dass Omega Healthcare jetzt im dritten Quartal nicht die Dividende, die sie ausgeschüttet haben, ja, erwirtschaftet haben. So, das weiß ich, das ist gut zu wissen. Jetzt muss ich mir angucken, was ich daraus mache. Momentan habe ich mich entschieden, dass ich noch drinnen bleibe. Ich denke, langfristig könnte es sein, dass die Dividende runtergefahren wird oder zumindest gleich gehalten wird. Ich bin jetzt aber mit der Position relativ günstig, also nicht relativ, sehr günstig eingestiegen und schaue es mir jetzt erstmal noch ein Quartal an, ja, weil ich glaube, dass grundsätzlich das Konzept weiter aufgeht. Natürlich gibt es Risiken, beispielsweise wisst ihr ja alle mehr oder weniger, dass das Gesundheitssystem in den USA schwierig ist, um es gelindet zu sagen und Omega Healthcare wird im großen Teil vom Staat bezahlt. Andererseits, ja, haben sie gerade das Problem durch Corona logischerweise, dass natürlich durch viele Infektionen, gerade in den Pflegeeinrichtungen, es schwer ist und nicht nur schwer, sondern auch vor allem sehr, sehr teuer und dadurch eben es zu diesen Effekten kommt. Jetzt kann man sich für sich einschätzen, ist es ein langerfristiger, ist es ein kurzfristiger, wie sind die Risiken und wie sind die Chancen? Und danach sollte man im Idealfall handeln. Ich hoffe, das hat demjenigen, der die Frage gestellt hat oder derjenigen und euch generell geholfen und ja, in Zukunft, wie gesagt, werde ich dann mit den drei Depots im 2021 so verfahren, dass ich da ein bisschen mehr erkläre, was ich dann eigentlich da gemacht habe oder nicht gemacht habe, denn bisher, die letzten Monate hatte ich jetzt zum Beispiel bei dem Depot hier, dass ich sehr, sehr wenig verändert bis gar nichts verändert habe. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht die Unternehmen oder die Aktien dahinter angeguckt habe. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Ciao.